Das stimmt, ich zeig's dir jetzt genau einmal, wie wir es bügeln, okay? So, einfach rauf machen, die Kanten ein bisschen machen, hier darf keine Falte sein, auch mit Hand geht das. So, du musst es jetzt hier einmal so zusammenfalten und fertig. Okay, Schatz, ich probier's, ich probier's wirklich. Wo war la Schatz?